Was bedeutet, dass man sich selber gefällt? Er denkt, er ist Abu Ibadah. Kennt ihr Abu Ibadah? Er sagt, niemand macht so wie ich. Er gefällt sich selber. Und dieser ist beeindruckt. Er bewundert sich selber. Hat Allah ihm gesagt, dass er seine Taten schon angenommen hat? Nein, aber er bewundert sich schon mal selber. Dieser ist auf einem gefährlichen Weg. Und Al-Ujub löscht die Tat. Al-Ujub löscht die Tat. Bedeutet, dass du über dich selber verwundert bist. Dass du dich selber bewunderst bei der Tat. Dieses löscht deine Tat. Al-Ujub ist sehr gefährlich. Viele Leute kennen nicht einmal, dass es so eine Sünde gibt. Dass es so eine gefährliche Sache gibt, liebe Geschwister. Warum? Weil Al-Ujub ist eine der Sachen, wie der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte. Von Al-Muhlakat. Das heißt, von den Dingen, die einen zerstören. Al-Ujub l-Mari bin Afsi. Dass eine Person sich selbst bewundert. Dass eine Person sich als etwas Besonderes sieht, nur weil er dieses oder jenes gemacht hat. Sogar sagt Ibn Al-Qayyim, rahmullah ta'ala, dass der Sünder mit seinen Sünden und die Traurigkeit über seine Sünden, dieser ist besser als einer, der gehorsam ist gegenüber Allah, während er sich dabei selber bewundert. Schaut mal, subhanallah. Ein Sünder, der besser ist als eine Person, der zwar gehorsam ist gegenüber Allah, aber die Grenzen überschreitet in der Gehorsamkeit. Du rufst ihn an, abends um 22 Uhr und dann sagst du ihm am nächsten Tag, ich habe dich nicht erreicht. Er sagt dir, wer sagt dir auch, dass du mich erreichen kannst. Ich habe Qiyam und Leil gebetet. Schämen sollst du dich. Wir machen Dua, dass eine Sache passiert, möge Allah immer unsere Dua annehmen. Dann passiert diese Sache, er sagt, ihr wisst nicht, dass das mein Dua ist. Das sind die Leute. Rujo, du bietest ihnen am Montag etwas zu essen an, ein Burger von Laurens, sehr lecker im Übrigen. Ach Laurens. Auf jeden Fall teuer. Du bietest ihnen einen Burger an, Montag sagst ihm, subhanallah, der Burger hat 12 Euro gekostet. Er sagt, schäm dich, Montag fass dich. Mach, dass du wegkommst. Das ist einer, der bewundert sich selber. Wenn du so eine Einstellung hast in der Ibadah, Allah wird deine Ibadah nicht annehmen.